Neko Fensterbau, Ihr Fensteranbieter aus der Region. Wir finden hochwertige Lösungen für alle Anforderungen. Ob Aluminium- oder PVC-Fenster, wir sind Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um die passenden Fenster und erfüllen Ihre Wünsche. Wir bieten attraktive Haus- und Schiebetüren. Eine große Auswahl an Farben, Stärken, Scheibenarten und Griffen macht jedes Produkt individuell. Wir liefern passgenaue Rohrläden und Außenjalousien sowie komfortable, sichere Garagentore. Alle Produkte werden nach höchsten Standards gefertigt. Sie erhalten von uns alles aus einer Hand. Von der Beratung über die Lieferung bis hin zur fachgerechten Montage.